Also ich wäre ja dafür, dass ich die alle mal neutralisiere, nacheinander. Und was passiert, wenn sie ihre Schwester sieht? Okay, also das geht nicht. Laden. Das wollte ich nur herausfinden, ob die, wenn die da schlafend liegen, ob da ein Problem entsteht. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache die ohnmächtig. Oder ich töte die. Das sind eigentlich drei Möglichkeiten. Oder ich spreche mit ihr und wir gehen unauffällig. Entschuldigung. Wenn wir gehen sollten, was passiert denn dann? Dann hat sie... Naja, ist das mehr Strafe, wenn sie in ihrem Leben nichts mehr erreicht? Also die wird prinzipiell nur noch ein normales Leben führen, aber nicht sterben. Ist das... Naja, ich bin nicht so fürs Töten. Entschuldigung. Ja, was gibt es? So, Waverly. Es zieht sich für die Gastgeberin zu kommen. Jemand sollte es erstmal sagen. Was soll das heißen, mein Leben retten? Das weißt du ganz genau. Was? Warum? Wer schickt sie? Sicher. Ich... Ich will nicht sterben. Aber ich werde nicht lange warten. Und wenn sie lügen, kostet sie das ihren Kopf. Willst du mich verarschen? Ich bekomme nun. Das Mädchen soll uns etwas zu essen bringen. Psst. Also, ganz im Ernst, undankbar ist sie. Eigentlich hätten wir sie töten müssen. Zu mir! Was? Was passiert hier? Was passiert denn? Hallo? Also, Moment mal. Was ist passiert? Was ist da jetzt gerade passiert? Ich habe nichts getan. Nichts? Nochmal! Keine Ahnung! Nicht schlecht. Aber sie müssen uns alle drei erkennen, um das Juwel zu gewinnen. Aha, man kann noch ein Juwel gewinnen? Moment, Moment, Moment. Auf keinen Fall. Ich kenne weder Sie, noch Ihre Familie. Okay, warte, warte. Wenn man hier noch irgendwas gewinnen kann, ne? Dann sind wir natürlich dabei. Warte mal. Da ist die nächste. Wir gehen nochmal hin. Hallo. 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 Willi Boy? Okay. Was? Was ist denn deren Problem? Was ist deren Problem? Also, hier ist irgendwas verbuggt. Hier ist irgendwas verbuggt. Ich habe nichts getan. Ich weiß nicht, was deren Problem mit mir ist. Wirklich nicht. Egal, ich scheiße auf dieses Juwel. Äh, ich glaube... Ja, 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 ja. Waverly. Aber sie müssen uns alle drei erkennen, um das Juwel zu gewinnen. Mhm. Was soll das heißen, mein Leben? Ja, ja, dein Leben retten halt. Was? Warum? Wer schickt sie? Sicher. Ich... Ich will nicht sterben. Aber ich werde nicht lange warten. Und wenn sie lügen, kostet sie das ihren Kopf. Okay. So, dann mach du mal. Ich weiß zwar nicht, was hier los ist, ne? Guck mal! Es ist einfach nicht normal! Irgendwas ist hier kaputt? Hä? Okay, also sobald wir mit ihr sprechen, sind uns alle feindsinnig gegenüber. Ich muss das jetzt mal testen, oder ist das schon vorher so? Hier ist nichts los. Hier ist nichts los. Ganz ehrlich? Natürlich ist das Wucher. Aber ich zahle gerne das da, bitte. Dieses Klingstreet-Brand. Hm. Das Problem ist auch, hier ist ja jetzt noch okay, ne? Aber wenn die uns sehen... Aber wenn die uns sehen... Ja, halt, da ist... ... Willkommen zur Feier. Belegschaft aufstatten sollen. Dann besitzt sie die Dreistigkeit, die Flasche mit nach Hause zu nehmen. Okay, ich speichere nochmal neu. Irgendwas ist hier auf jeden Fall richtig verbuggt. Die sind auf einmal alle aggressiv, wenn ich die warnen will. Ich meine, ich kann sie auch abmuchsen. Eigentlich sollte es mir egal sein, ne? Oh, das wird nicht klappen. Guck mal, jetzt sind sie schon wieder aggro. Jetzt sind sie schon wieder aggro. Irgendwas ist nicht okay. Hier. Habe ich jetzt überhaupt noch eine andere Wahl? Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich würde jetzt gerne mal in den Garten gehen. Oder auf diesen Balkon oder was auch immer das war. Ist das hier der Balkon? Ja. Balkon zum Garten. Was ist nix los? Da sind zwei. Brauche ich noch Kugeln? Nein. Ja, das ist problematisch, finde ich. Aber hier könnte man das schaffen, glaube ich. Ich versuche normal zu speichern. Leute, irgendwas ist hier verbuggt gerade. Also ich weiß wirklich nicht, was da passiert. Aber wir müssen jetzt irgendwie scheinbar die ganze Feier neutralisieren. Wow. Ich will den nicht töten. Ich will den nicht töten. Okay, ich kann mich hier nicht anschleichen, ist das Problem, glaube ich. Die wissen ja, dass ich da bin. Irgendwie. Kann ich rein theoretisch den beiden einfach so ein Dart in die Ömmelzimmern? Okay, das interessiert die auch nicht. Dann machen wir das eben so. Warum geht's hier? Hier haben wir vorhin unser schönes kleines Duell gemacht. Ähm, ich weiß echt nicht, wie man Waffen wegsteckt. Vielleicht schau ich das mal in Optionen, ne? Steuerung. Nein, warte mal. Ich hab's nicht gesehen. Schwertangriff benutzen. Hä? Hä? Irgendwie. Gibt es nix, um... Ich glaube, es gibt keine Taste, um Sachen wegzustecken. Oder bin ich blind? Oh, ja. Oh, ja. Wie kann ich das denn weg machen? Warte mal, null? Nee, geht nicht. Also, ich weiß wirklich nicht, wirklich nicht. Nein. 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 Ach, Quattier. Ach, Quattier. Ich will noch diesen Safe-Schlüssel haben. So raus. Ach, guck mal. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Das gab jetzt etwas. Was soll bei Piero wieder... Upgrades. Das ist also nur das hier. Brauchen wir gar nicht. Also das ganze hier war jetzt ein bisschen unnötig, aber darum geht es ja nicht. Ich muss jetzt irgendwie schauen, wie ich die ganze Mannschaft da ausschalten kann. Wie soll ich das denn machen? Wie ist denn das, wenn ich jetzt so mache? Nochmal speichern. Wenn ich jetzt neu reingehe. Ist wieder alles okay? Nein, ist es nicht. Äh, es ist nicht alles okay. Okay, Spielladen. Ähm... Na, hier. Mist! Das ist eine Katastrophe. Eine mittelschwere Katastrophe, sage ich euch. Ihr müsst jetzt schauen, was ich tue. Ähm... Ja, wir müssen jetzt irgendwie schauen. Ich geh mal wieder über Gehirn. Weißer. Wir machen es einfach mal. Wer ist da? Was ist das denn? 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 Okay. Okay. Es hat schon wieder automatisch gespeichert. Irgendwie, äh, ich habe eigentlich nichts getan, wie die jetzt auf mich aufmerksam werden sollten. Das macht also wirklich nicht viel Sinn. Es wurde keine Leiche gefunden. Nix. Also... Das Einzige, was ich mir denken kann, dass es jetzt hier ein Bug ist oder so, aber ich muss jetzt schauen, dass ich jetzt hier irgendwie durchkomme, ne? Ich kann sie natürlich auch töten, aber ich wollte das nicht. Das heißt, wir gehen jetzt schleichen. Als wenn wir alle nacheinander ausknipsen. Wir sind nur zwei. Ich kann es versuchen. Ich speichere. Das wird jetzt witzig, Leute. Das wird jetzt super witzig. Bugs kämpfen ist immer witzig. So? Achso. Magie. Ja! Keine Betäubungsbeutel mehr. Okay. Ich kann noch weglaufen. Ja, das Öl ist aufgebraucht. Wir wissen, dass du hier bist. Na gut. Das Schwein ist mir entwischt. Such überall! Meine Hände langweilen sich schon. Zeig dich! Ja, der ist doch nicht mehr am... Der hat doch nicht mehr... Egal. Ach, komm schon, ey. Okay, also es ist wirklich... Wirklich irgendwas ganz komisch hier. Okay, er sieht uns, wenn wir das machen. Dann können wir also das nicht tun. Hm... Was kann ich denn machen? Woher weiß er das? Woher weißt du das? Er weicht einfach aus! Woher weißt du das denn? Was ist mit dir? Wer bist du? Guck mal! Ja. Er weicht mir aus. Er weiß, wo ich bin. Er kann durch die Wände schauen. So, jetzt ist es wieder mal wie das... Muss man auch hineinstechen. Er ist der Outsider. Hallo? Oh, ruhig dich! Oh, ruhig dich! Also. Nochmal. Laden. Also wenn das jetzt so weitergeht, muss ich wahrscheinlich in den früheren Spielstand laden. Ich weiß echt nicht, was passiert ist, dass das jetzt so abgeht. Ähm... Wirklich nicht. Wie können die denn plötzlich alle wissen, was abgeht? Wie können die plötzlich wegrennen? Das ist nicht einfach. Ich bin jetzt zumindest wieder unten. Ich mache einen neuen Spielstand. Einfach testen. Oh, das sieht man nicht viel. Bewegen die sich überhaupt noch? Die Frage ist ja... Wenn ich mich hinter den Porten... Und den... Da müsste ich mal hoch. Und dann da hinten rein Porten. Ach wohl, warte mal. Okay, okay. Er hat da ist... Was ist jetzt Lady Burl? Und noch zwei? Äh... Also den müssen wir gleich nochmal machen, weil der bleibt ja so stehen. Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Untertitelung des ZDF, 2020